Ihr werdet verarscht! Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Und ja, ich habe euch irgendwie angelogen. In einem der letzten Videos habe ich ja gesagt, man braucht recht wenig Figur, um ordentlich spielen zu können. Aber irgendwie ist das glatt gelogen. Ihr seht hier einen Teil meiner Macs, also beinahe alle. Es fehlen die aus den Boxen, also sprich der Alpha-Strike-Box. Ich habe noch zwei Ergeben-of-Armed-Combat-Boxen, dann zwei Beginners-Boxen und noch die Battletech-Essentials-Box, sowie die Clan-Invasions-Box. Die Macs sind eigentlich auch bemalt. Eigentlich hätte ich die hier auch mit hinstellen können, aber das habe ich jetzt mal nicht gemacht, weil normalerweise wollte ich eigentlich nur durchchecken, welche Macs ich ja nochmal entfernen kann, weil ich bin jetzt so gerade, ich will nicht sagen in den Flow, das ich jetzt bemalen möchte. Und ja, ich habe das jetzt so aufgebaut und irgendwie festgestellt, na, so viel sind es ja gar nicht. Okay, kommen wir jetzt nochmal zurück, warum ich das denn hier eigentlich euch sage, dass ich euch angelogen habe. Das Problem ist jetzt folgendes. Ihr fangt dann mit euren acht Macs an aus der Game-of-Armed-Combat-Box oder aus der Alpha-Strike-Box, je nachdem, was ihr da spielen möchtet. Meinetwegen kauft euch auch alle. Kein Problem. Kein Problem. Verflucht. Irgendjemand hat jetzt zu mir gesagt, ich soll in meiner Aussprache arbeiten und naja gut, jetzt fange ich wieder an, so rumzuhöpfen. Ja, das Problem ist jetzt folgendes. Ihr habt dann irgendwann halt eure Boxen, spielt mit irgendjemandem und denkt, oh, der hat einen coolen Mac. Wo ist denn hier mein Cresshopper hin? Den bräuchte ich eigentlich jetzt mal als Beispiel. Ah, da, vor meiner Nase. In einem meiner ersten Spieleabende, als ich mal angefangen habe mit Classic BattleTech, bin ich da mal bei einem, ja, Spieler gewesen. Der hat den Cresshopper gespielt. Der hat den so cool gespielt. Sprich, Munition abgeworfen. Dann ist er auf Mark-Distanz gekommen, um mittlere Distanz. Hat mich dann fertig gemacht mit seinen M-Desern und was weiß ich noch alles. Also, der hat den so cool gespielt. Da habe ich gesagt, den brauchst du, den musst du kaufen. Ja, ich habe ihn dann auch so versucht zu führen wie er. Keine Chance, weil er ist da der bessere Spieler. Er hat es irgendwie besser hinbekommen. Dann ist es ja halt so, man hat aus dem Roman so seine Sachen, die einem irgendwie gefallen. Zum Beispiel hier meine Clan-Macks. Die findet ihr hier drüben. Also hier so, wah, hier, der geht da glatt um. Hier drüben, das sind alles so Claner. Es sind zwar nicht so viele wie der Rest von der inneren Sphäre. Ist ja auch verdächtig, ganz komisch. Das sind quasi meine Nova-Katzen. Ich wollte eigentlich Clan-Wolf spielen, aber es gibt ja so viele Clan-Wolf-Spieler unter euch. Jetzt hatte ich mir damals gesagt, ich mache eben halt einen Aufbewahrer. Und später eben halt, was für ein glücklicher Zufall, waren die Nova-Katzen natürlich dann auch im neuen Sternboden mit vertreten, in der inneren Sphäre. Und könnten natürlich dann auch Max nutzen aus der inneren Sphäre. Das war dann mit der Hintergedanke. Wenn man so sagt, okay, ich möchte gerne mal einen Trinärstern aufbauen oder schon Richtung Galaxis gehen, wie auch immer, was ihr da machen möchtet. Also da haben sich dann irgendwie die Claner zusammengefunden. Und da geht es ja schon mal los. Fraktion. Dann sagt ihr, ich spiele doch vielleicht mit ein paar schnelleren Macs. Ich bräuchte da mehrere Dasher zum Beispiel. Bräuchte ich, weil ich den cool finde, weil er schnell ist. Aktuell habe ich hier jetzt gerade mal einen rumstehen in klaren Farben. Könnte den jedoch dann einfach mal von meinem, wo sind denn die hier? Ah, von meiner 46. den zweiten Mac fix klauen. Und hätte dann hier zum Beispiel zwei. Ja, ihr merkt schon, hier geht es nach Fraktionen dann weiter urplötzlich. Also wenn man sich so sagt, okay, ja genau, ich mag zum Beispiel auch noch einen Jenner. Es fehlen hier eigentlich vier Macs, die sind gerade beim normalen. Ja, also die habe ich jetzt entfernt und bemase gerade. Mein Lieblings Mac, einer meiner Lieblings Macs für meine schnellen Lanzen ist der Jenner. Ein mittelschwerer Mac. Ist auch nicht schlecht. Und dementsprechend sagt man sich dann, oh, zwei sind okay. Ein dritter wäre auch nicht schlecht oder sowas. Oder hier zwei Raven. Das macht dann so ein bisschen mehr Spaß, wenn man dann versucht mit gleichwertigen Macs zu spielen. Dann kam natürlich auch die Äußerung, wer braucht schon vier Urban-Macs zum Beispiel. Das sind doch wandelnde Mülleimer. Also bei mir gibt es zum Beispiel hier gleich mal fünf Stück. Fünf Stück. Ich hatte mal, ja, die vier eben halt bekommen, also gekauft und dann bemalt. Und dann hatten wir uns so überlegt, machen wir doch mal so ein Stadtkampf-Szenario, wo wir sagen, okay, der Verteidiger ist schlicht und ergreifend eine Urban-Mac-Planze. Also hier dann zum Beispiel nicht nur fraktionsbezogen, sondern auch szenariobezogen spielt man dann auch. Und ich habe zum Beispiel so die Idee immer bei mir, dass ich sage, ich mache eine Kampflanze, Unterstützungslanze oder eine gemischte quasi und eine Sprintlanze. Sprint sind bei mir immer die leichten, schnellen Macs. Und dementsprechend habe ich hier, ja, ein paar mehr, ja, wie soll ich sagen, eigentlich habe ich mir jetzt hier alle Lenspecs noch zugelegt, die es gibt. Ein, zwei sind gedoppelt. Ich habe dann auch noch die Söldner mit dabei. Und da kann man dann immer schön sich Lanzen aufstellen, je nachdem, wie der Gegner spielen möchte. Oder was bei mir bei AlphaStrike immer ist, ist eine Kompanie. Wir legen dann meist fest, PV 300 oder 350, 400, je nachdem, was wir machen möchten. Und dann baue ich das eben halt immer so auf, sodass es passt und nicht auffüllen kann. Und da hat man dann halt immer so seine Vorlieben. Wolfshund, Panther, Jenner. Dann sind dann, was heißt der macht, ja, Victor eher seltener, komischerweise. So ein Shadowhawk, da findet man es manchmal drin. Dann Warhammer, Hake mit drin, Deck Tresshopper sowieso mal. Arvis, Horm, Stalker, was weiß ich. Unterstützung natürlich der Longbow, das ist auch ganz cool. Und dementsprechend ist es dann doch, ja, im Grunde genommen, dass man sagt, man braucht das nicht. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, ist das blöd in den neuen Lenspacks, ist nur ein Mac drin, der neu ist. Jetzt müsste ich mir dieses Pack extra kaufen. Ja, dann habe ich wieder die anderen in einer anderen Position. Das ist ja blöd. Aber, wenn ihr zum Beispiel einfach Strike spielt, da ist es ganz extrem, da werdet ihr schon merken, dass ihr da ein paar Macs mehr benötigt. Und da ist es nicht mehr ganz so schlimm, wenn ihr eben halt die passenden Packs noch habt. Also, wie gesagt, ich ziehe mir da die Macs dann raus einfach, auch wenn ich hier einige farblich bemalt habe. Zum Beispiel, ich versuche eigentlich Corita nochmal aufzubauen. Also, rote Farbe. Ich habe ja außer sehen sogar schon mal einen Corita Camo gemacht. Aber, ja, das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen verlaufen. Da kann man ganz zusammenstellen. Also, man guckt dann halt immer in der Master Unit List und dann werdet ihr dann auch recht schnell feststellen, oh, den Mac habe ich, den habe ich noch nicht. Und dementsprechend, rote sehe ich. Und, wie gesagt, bei mir war es dann immer so, ich habe es dann zum Beispiel die Highlanders in 31,50er Farben gemacht, also Dark Age Farben. Den Rest irgendwie, Moment, Greatest Legion mit einem Camo, was es gab, zum Beispiel. Und, wie gesagt, man kann die dann zusammen mixen quasi. Das ist jetzt blöd ausgedruckt. Öh, getrugt. Gedrückt. Hier hinten habt ihr dann natürlich dann noch Comstar versteckt. Der gehört dir nicht dahin. Der gehört eigentlich hier rüber. Und, ja, auch da bin ich so ein bisschen am Aufbauen. Ich habe aber die jetzt erst mal so gelassen. Hier dachte ich auch bei denen, ach, die müsste eigentlich mal, ja, entplacken und neu malen. Aber, ich bin überrascht. Ich habe da nicht die Motivation, weil die sehen für mich gut aus. So. Dann habt ihr hier eben, wie gesagt, Comstar. Hinten ist dann meine Liebling, okay, böse, ne, 46. Shadow Division. Da sind natürlich noch Max dabei. Die findet man nur noch als, oder aktuell noch als Zimminis. Oder wenn man jemanden kennt, der vielleicht reizubehörigweise einen Drucker hat und die druckt, da könnte man die vielleicht nachher bekommen. Aber grundsätzlich sind das Zimminis. Bei mir nicht. Da habe ich Glück gehabt damals und habe die noch bekommen von einem. Okay, hier ist da schon mal was weggebrochen. Schon ein bisschen blöd. Aber man kann nicht alles haben, ne. Da hat man sich hier halt diese Fraktion aufgebaut. Jetzt hatten wir das Thema, zum Beispiel die Madcats, ne. Die sind ja mehr als nur einmal da. Da hätte ich hier eine Madcats für die Shadow Division. Hier drüben habe ich jetzt hier Wolfs Dragona. Da wäre die nächste Madcats versteckt. Dann natürlich bei meinen Clans ist eine Madcats versteckt. Mir fehlt doch irgendwie, ach, die ist im Legion Pack. Das ist ja auch noch nicht hier drauf. Hatten wir hier noch eine ganz normale Madcats, die könnte man dann zum Beispiel auch einsetzen, wieder in der inneren Sphäre. Da bräuchte ich dann vielleicht nochmal eine. Also ihr merkt schon, man braucht nicht immer nur eins. Ach, hier wäre so ein Daishi, den ich mal bekommen hatte. Da hat ja mal jemand gedruckt, der ist ein bisschen bulliger. Als wie der von einem Clans. Der steht jetzt hier. Ah, hier hinten ist er. Und so gesehen, ja, braucht man tatsächlich einen Haufen Max. Okay, wo war ich denn jetzt stehen? Ah, genau, den hier, Black Knight. Den habt ihr natürlich bei Comstar. Den könnt ihr auch bei den Söldnern einsetzen. Und irgendwann gab es mal so einen coolen Clanbuster. Dann kauft man sich den. Aufgrund der Coolness, weil er eben halt cool aussieht. Mit dem Breitschwert dann in der Hand. Mit so einer Klinge und der Waffe. Also das sind dann immer so Sachen, wo man dann sagt, ja, cool. Cool. Jetzt ist das Neueste ja diese Il-Clan-Ära. Und dementsprechend fängt man jetzt wieder an zu sammeln und zu schauen, was man denn nehmen kann. Hier hätte man dann einen. Aber grundsätzlich sind da noch nicht so viele da. Bei Battletech? Ja, jetzt habe ich ja gesagt, das wäre eine Lüge, dass man so wenig Max braucht und sowas. Das stimmt schon. Aber wiederum, wenn man sich die Masse anguckt, die man dann zur Verfügung hat, kann man verdammt viele Zeilschienen abdecken mit den normalen Max. Bekommt auch mit, dass diese dann wirklich kampfstark mit unter werden. Außer wenn das dann diese, wie waren, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie das hieß, wo dann das Alt macht Neu. Also die haben dann natürlich die etwas schlechtere Waffen mit dabei und sowas. Aber das ist schon echt krass, was dann zusammenkommt. Und hier sind noch nicht einmal meine Panzer dabei. Ich überlege jetzt zum Beispiel gerade eine Einheit aufzubauen, eine Sördmereinheit. Da ist vielleicht, wie heißt denn der, Bruno von Bamberg oder so. Der erinnert sich vielleicht noch dran, auf jeden Fall der Jan. Erinnert sich auch noch dran an die PhoenixCon unter Thorsten. Da haben wir ein Gefecht gehabt, ein Alphars-3-Gefecht. Und ich musste dann noch unbedingt auf den letzten Schießen, obwohl da das Gefecht schon vorbei war. Das war ein komischer Tatentag. Vorher mal abends noch ein bisschen lange zusammengesessen und auch das ein oder andere Schnäpschen mitgetrunken beim Quatschen. Da war ich etwas, naja, nicht ganz herrmeiner Sinne. Das hat man auch bei der Regelkunde gemerkt. Und habe dann eben halt noch ein Make-up angegriffen. Und dann hieß es dann, ja, Ulrich, der Fledderer. Also versuche ich jetzt mal, ich habe schon mal den ersten Mac versteckt. Hier ist er in Flamberge. Das ist dann so ein ähnliches Kamu wie eigentlich meine Shadow Division. Das heißt, die werden um 30.70 angesiedelt zum Beispiel. Da werden sie unterstützt von Plakes Word. Durch einen dummen Zufall haben sie einen Flamberge quasi erobert. Und um diesen Flamberge möchte ich dann ein paar Macs mit reinbringen und Panzer, um so eine Kompanie einfach mal aufzubauen. Die, wie gesagt, 30.70 von Plakes Word unterstützt wird. Und vielleicht später dann, in der Ill-Clan-Ära, ja, ist das eben halt Beutegut. Und dann haben sie halt ihre speziellen Macs, die eben halt laut Master-Unit-List noch vorhanden sind. Und die Panzer. Da bin ich auch sehr gespannt, wie ich das mache. Ja, und jetzt überlegt euch mal noch was. Der Kick-Stotter fällt ja auch noch. Und wenn der dann noch dazu kommt, da stehen dann wieder ein paar mehr Macs noch drum. Jetzt gibt es ja auch ständig diese Söldner-Packs. Und diese Star-League-Packs soll auch noch kommen. Also das ist schon echt krass. Man hat dann doch irgendwie eine Sammelsucht. Die entwickelt man automatisch. Meine Meinung, gut, es gibt natürlich welche unter euch, die sind dann wirklich eisern und haben dann tatsächlich nur das, was sie benötigen. Also das habe ich auch immer gesagt. Ich möchte von jedem nur ein Mac haben und möchte sammeln. Und ja, aber irgendwie, ihr habt es gerade bemerkt, fünf Urban-Macks. Mac-Cats habe ich hier schon mal alleine drei rumstehen. Drei Black Knights oder vier sogar. Hier hinten bei der 46. Die habe ich alle Doppel-Celestials. Also das ist schon unlogisch, was man da zusammen sammelt. Vor allem auch hier, man probiert dann auch aus. Hubs, mit einem anderen Kamu mal was zu machen. Also krass. Ich bin aber keine Referenz jetzt zum Bemalen. Das habt ihr ja schon mitgekriegt von den letzten Videos. Auch mein Entlackungsvideo fand ich ganz optimal. Ja, da sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen vorsichtiger sein, wie ich das mache. Oder hier. Ah, guckt bei denen dann noch. Diesen Flamm habe ich noch nie groß im Einsatz gehabt. Habe, glaube ich, nur einmal, aber dann auch nicht so richtig. Oder gebroxt einfach nur. Ja, den habe ich eigentlich nur, weil der mir so cool gefiel damals. Das ist, ja, das sind schon alles so Sachen, wo man, Jäger und Sammler. Gut. Was wollte ich noch sagen? Ah, Entlacken. Ich habe hier so ein paar Sachen hier. Also ich habe die Hansens Rauhreiter. Die werde ich entlacken, auf jeden Fall. Was mir bei denen zum Beispiel nicht gefällt und auch nicht bei der, was ist denn das? Das müssten die Wolfstar Kohler, ne, Keller, Wolfstar Kohler, hallo hier. Die Kellerhounds, diese Sprungposen, warum ich das so gemacht habe, weiß ich jetzt gar nicht so. Ich finde die etwas ungünstig. Auf dem Spielfeld oder auf der Platte überragen die die normalen Höhen. Und ja, man kann das nicht so unbedingt dann fassen, wie gerade jetzt das Höhen dafür ist. Also wie hoch der Meckrad ist, wegen den Sichtlinien. Und da braucht er dann eben halt so eine Schablone oder sowas. Das mag ich eigentlich gar nicht so unbedingt. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Mecks dann ausschauen, die schon bemalt sind. Ich selber weiß ja, wie gesagt, ich bin keine Referenz. Ich bin ja nicht so ein guter Malermeister, hätte ich fast gesagt. Gut, so viel dazu. Wie gesagt, eigentlich wollte ich mich jetzt hier nur hinsetzen und sagen, ja, das sind meine Mecks. Das, den könnte ich mal ein bisschen, ja, entlacken. Den, obwohl, vielleicht den. So ganz gefällt der mir auch nicht, aber die Sagittär. Aber ich lasse die wahrscheinlich noch. Auf jeden Fall, vier habe ich schon mal, die dann wegkommen. Weil das muss ich ja ausnutzen, wenn ich schon mal das Isopropanol angefangen habe. Das ist ein bisschen. Und dementsprechend mache ich das dann ja. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also im Prinzip, wie gesagt, ich habe euch eigentlich angelogen. Und habe gesagt, ihr braucht nur wenig Mecks, maximal hier der Grundbox. Aber nee, nee, so ist es nicht. Ihr braucht schon eine Ecke mehr. Vor allen Dingen, wenn ihr dann, ja, Fraktionen macht, größere Einheiten aufstellen möchtet. Und ich meine, hier so ist Nili zum Beispiel, das ist ja nur ein Fan-Mac. Also den wird man vielleicht nicht so oft einsetzen. Es sei denn, man spielt das Nord-Irregulärs. Aber naja, gut. Ich brauche mehr Mecks. Gut, das war es jetzt von diesem kurzen Video. Wie gesagt, ich habe eigentlich was ganz anderes gemacht, als ich machen wollte. Ich danke euch, dass ihr hier gewesen seid. Und wie gesagt, kleiner Ausdruck aus meinen Mecks. Mecks, manche haben noch viel mehr. Ich erinnere mich noch an Andi Büttner und Elric Dorsey oder Elfe, die mal eine 365-Tage-Challenge gemacht haben. 365 Mecks im Jahr zu bemalen. Das war die Challenge. Ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, aber haben sie gemacht. Also da bin ich wahrscheinlich noch relativ harmlos. Ich habe eigentlich noch gar nicht gezählt, wie viele Mecks ich hier gerade mal rumstehen habe. Ja, und dann fehlen ja noch 8, 16, 17, 18, 19, 20. Hört auf. Sind viel zu viele. Viel zu viele. Und die Panzer noch. Also, in diesem Sinne, danke schön, dass ihr hier gewesen seid. Bleibt gesund. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf diesem Kanal. Ciao, ciao, bye, bye. Sagt euch Ulrich. Macht's gut, Leute. and dann wird gut. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020